ja so ab geht's dreimal maus im platoon german predators gucken was dabei rauskommt ja es war klar malinowka wie viel artis jetzt kommt ja wohl ja wohl maximale bestrafung weiß malinowka plus 45 artis das war so war gaming offiziell bestätigt ihr verarscht einfach nur die mausfahrer das ist alles rückwärts bitte richtung hill ihr beiden bitte richtung hill ich bleibe unten und darf mal die base bitte auf halber höhe da im gebüsch damit die artis wirken können weil ganz nach oben schafft ihr es eh nicht weil tvp und so sind eh schneller als ihr und ich darf mal hier die base damit die hier nicht mal eben durch waschen bitte auch komplett außen damit ihr nicht aus der mitte irgendwie gespottet werdet oder sonst irgendwas fünf artis und malinowka nur weil warum weil wir fahren dreimal maus zwei tote schon drei tote wunderbar entschuldige fahrt mal bitte hoch richtung hill da oben der hill darf nicht fallen ihr müsst da abblocken darf ich mal gucken wie ich mich gegen fünf artis safe stelle was eine verarschung das ist da ich glaube da nicht an zufall das ist es pure absicht okay einer kann ungefähr von dort aus auf meine richtung snipen bitte hier kommt maximale enemy links bums hey man könnte meinen wir haben drei artis aber ich sehe nichts davon ja dies kommt auf was ich weiß nicht wo die hinschießen mit ihren artis hey leute wenn ihr hier zuschaut wir brauchen verstärkt verstärkung bei den german predators tut uns einen gefallen wenn ihr einigermaßen gut spielen könnt bewirbt euch kommt zu uns weil ich will jetzt abends immer ballwerk starten uns fehlen noch so 10 15 leute okay jetzt kommen die über den hill bitte jetzt aber wirklich da hoch fahren weil wenn der hill fällt dann haben wir keine artis mehr auf halber strecke ins gebüsch bitte und nicht spotten lassen weil bei fünf artis geht das schnell in die hose maus kannst du bitte damit hochfahren das ist kein platz hier für zwei mäuse die artis zerbomben uns wenn du hier mit stehst ist die andere maus afk hier neben mir hallo fahrer bitte da hoch also du nicht der da oben ist er nicht lass die artis arbeiten kartoffel hier da kommen paar panzer hier Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, was ein Treffer. Ja, ich weiß nicht, was die andere Maus hier macht. Irgendwie hört der mir auch nicht zu. Ich habe der jetzt schon tausendmal gesagt, er soll mit zu dir hoch. Irgendwie, der ist doch im Test, warum hörte der nicht zu? Hallo Kartoffel, hörst du mich? Hallo? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Alter, was macht der da? Ey, der ist doch mit uns im Teamspeak, warum hört der nicht zu? Hallo? Gott. Ich weiß nicht. 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 Und unsere Artis schlafen mal wieder oder was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gott, der Allmächtige, Mann. Warum redet dieser Junge nicht? Der ist doch im TS. Ich kann versuchen, deine linke Flanke ein bisschen von hier aus zu beschießen. Ich mache mal ein paar Blindshots. Ich sehe den jetzt zwar nicht, aber... Da ist ein Felsucher, Brosselig. Brosselig. Oh, die Crusader steht schon um, ob ich will. Ja, es sind noch vier Minuten. Eventuell kriegen wir das über die Runden. Draw unentschieden. Aber was für eine Verarschung, ey. Fünf Artis und Malinovka. Warum? Weil du eine Maus nimmst, ey. Danke Wargaming für so ein Matchmaking, ey. Ohne Witz. Und dann wundert ihr euch, dass keiner mehr Maus fährt, oder was? Sowas gehört eigentlich rausprogrammiert. Ich baller jetzt einfach irgendwie mal. Oh, da ist einer auf. Danke, Arti. Der andere ist da unten am Wasser. No, no, ich hab im Blick, du. Die Frage ist, sollte ich den angreifen? Ich den alle auf dem Müll, allerartig den Müll. Ja, pass auf, dann lasse ich das mal mit dem da hochfahren, sondern... Nee, nee, Kollege, ich fahr da garantiert nicht hin. Da machen wir ein schönes Unentschieden draus, sondern passt das. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Weißt du? Da geht das Ding... Nee, eine Arti ist irgendwo am Wasser. Ja, das ist doch... Fährkostreffer! Wie viel Zeit? Eine Minute zwanzig Fähr lieber ganz ran an die Hütte Wie viel Zeit? 4, 3, 2, 1, 0 Krank alter krank alter krank einfach nur krank wargaming sowas ist krank man warum warum macht ihr sowas? Wollt ihr mit absicht die leute daran hindern spaß an world of tanks zu haben oder was? 3100 spot 3200 abgewährt 3000 ausgeteilt Ja war es auch gut am start So unser amx Weißt du? Nicht nur dass wir auf malinowka rauskommen mit 5 gegner artis guck dir mal unsere scouts an 0 spot damage 0 spot damage t54 wz 0 spot damage T54 light 0 0 0 Was das für ein scheiß? Außer der eine amx der hat was gerissen Ruhe ein bisschen aber kannst vergessen Unfassbar man Wargaming Bitte hört auf mit sowas Ihr wollt doch dass die leute spaß an world of tanks haben Weißt du? Deswegen fährt keiner mehr maus Und wer meiner meinung ist Bitte mal einen daumen hoch da lassen Und einen kommentar Danke bis dann Danke 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 Vielen Dank.